Wenn ich mit Menschen und Mütter in der Summe redete und hätte der Liebe nicht, so wär ich ein Tönenbergs oder eine klingende Stelle. Und wenn ich weiß sagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben also, dass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine habe, den Armen gebe und ließe meine Leib brennen, meine Leib brennen, und er hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. So wäre mir's nichts nütze. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Worte. Dann aber von Angesicht zu Angesichte Jetzt erkenne ich's stückweise Dann aber werd ich's erkennen Gleich wie ich erkennet bin. So, aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größeste unter Ihnen. Die Liebe ist die größeste unter Ihnen. Die Liebe ist die größeste unter Ihnen. Die Liebe ist die größere unter Ihnen. Untertitelung des ZDF, 2020